Bangladesch ist ein Land, das tragischerweise viel erfolgreicher sein sollte, als es tatsächlich ist. Es hat viele Vorteile, die es zu einer sich schnell entwickelnden Wirtschaft hätten machen können. Zugang zu globalen Handelsrouten, ein niedriges Verhältnis von Schulden zum BIP, Zugang zu Öl und eine dichte Bevölkerung. Es hat sogar das Westminster-Rechtssystem übernommen, das von internationalen Investoren geschätzt wird und weltweit für eine faire Geschäftsabwicklung anerkannt ist. Es war eigentlich alles vorhanden, um Bangladesch zu einem wirtschaftlichen Kraftzentrum in einer sich schnell entwickelnden Region zu machen. Und doch ist es das nicht. Trotz all dieser Vorteile steht es immer noch auf der Liste der am wenigsten entwickelten Länder der UN. Bangladesch ist ein Land mit immensen Möglichkeiten, das leicht zu einer der größten Industriemächte in Südostasien werden könnte. Doch um zu verstehen, was es tun müsste, um dies in Zukunft zu erreichen und was es in der Vergangenheit aufgehalten hat, müssen wir wie immer ein paar einfache Fragen beantworten. Also, welche Faktoren hätten Bangladesch zu einer viel erfolgreicheren Wirtschaft machen sollen, als es derzeit ist? Wie hat Bangladesch diese Chancen verpasst? Und gibt es irgendetwas, was das Land tun kann, um dies zu ändern und seinem Potenzial gerecht zu werden? Wenn wir all das getan haben, können wir Bangladesch mit auf die Wirtschaftswissenrangliste setzen. Das heutige Bangladesch entstand 1971 nach einer der tödlichsten Naturkatastrophen der modernen Geschichte. Der Zyklon Bola traf die Region im November 1970 und tötete schätzungsweise eine halbe Million Menschen. Bangladesch war zuvor als Ostpakistan bekannt. Eine von Indien abgetrennte Region, die fast 25 Jahre lang so existierte, bevor sie schließlich unabhängig wurde. Das koloniale England wurde aus seiner damaligen Kolonie Indien vertrieben und schuf dabei 1947 die Grenzen von West- und Ostpakistan. Durch die willkürliche Festlegung dieser Grenzen teilten die Breten schließlich die politische Kontrolle im Westen auf, was den Menschen im Osten nicht gefiel. Ab den 1970er Jahren kam es zu starken Spannungen und die Gespräche über die Unabhängigkeit spitzten sich zu, als im November 1970 eine der tödlichsten Naturkatastrophen der modernen Geschichte der Bola-Zyklon zuschlug und schätzungsweise eine halbe Million Menschen im Osten tötete. Das sind vier Hiroshima's, die sich innerhalb von nur sechs Tagen ereigneten. Die Regierung im Westen versäumte es, Hilfe zu leisten und die Menschen im Osten fühlten sich alleingelassen und wurden wütend. Zusätzlich zu den Opfern des Wirbelsturms starben viele Menschen im Kampf um die Unabhängigkeit des Landes, der neun Monate lang von März bis November 1971 ausgefochten wurde. Während der Unabhängigkeitskrieg zwischen Ost- und Westpakistan tobte, führte auch Indien Krieg mit Pakistan und der ganze Konflikt wurde zu einem Stellvertreter für den Kalten Krieg. Die Großmächte der Welt zu dieser Zeit, die USA und die Sowjetunion, wetteiferten um die Kontrolle und den Einfluss in der Region. Und diese Konflikte waren ein Katalysator für viele globale Spannungen. Die USA wollten sich nicht in den indisch-pakistanischen Konflikt einmischen, weil Pakistan ein Verbündeter Chinas war. In der Zeit zwischen der Erklärung Ostpakistans zur unabhängigen Nation Bangladesch und der tatsächlichen Anerkennung als unabhängige Nation unterzeichnete Indien einen Freundschaftsvertrag mit der Sowjetunion, die ihre Unterstützung für Ostpakistan zusagte. So fanden sich die beiden Großmächte auf den gegnerischen Seiten des indisch-pakistanischen Krieges wieder und der Befreiungskrieg in Bangladesch war ein Ereignis, das die Spannungen fast auf den höchsten Punkt des Kalten Krieges brachte. Die Bedingungen in Bangladesch waren zu dieser Zeit so schlecht, dass die durchschnittliche Lebenserwartung innerhalb von nur zwei Jahren, in denen das Land seine Unabhängigkeit anstrebte, deutlich sank. Ein neues Land zu gründen ist nie einfach, aber unter diesen Bedingungen war Bangladesch von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Auf eine rasch einsetzende Naturkatastrophe folgte ein Bürgerkrieg, der Tod und Verwüstung mit sich brachte, sowie ein regionaler Konflikt mit potenziellen globalen nuklearen Auswirkungen. Und das alles geschah im ersten Jahres des Bestehens von Bangladesch. Seitdem haben sich die Bedingungen und Möglichkeiten des Landes erheblich verbessert, auch wenn es bis heute noch unter den Folgen leidet. Bangladesch verfügt über mehrere starke wirtschaftliche Merkmale, darunter den Zugang zu globalen Handelsrouten, eine niedrige Verschuldung im Verhältnis zum BIP, Zugang zu Öl und eine dichte Bevölkerung, sodass das Land trotz seiner tragischen Geschichte eine regionale Großmacht hätte werden können. Aber abgesehen von dem holprigen Staat gibt es weitere grundlegende Probleme, die dem Land im Wege stehen. Wenn ein Land zu niedrigen Kosten exportiert, liegt das in der Regel daran, dass es einen komparativen Vorteil hat, wenn es Waren so billig wie möglich produziert. Ein komparativer Vorteil bedeutet einfach, dass eine Volkswirtschaft oder ein Staat oder ein Wirtschaftssystem für die gleiche Menge an gegebenen Inputs mehr von einem bestimmten Output produzieren kann. Bei den Outputs kann es sich um Arbeitskräfte handeln. Wie viel Arbeitskraft wird benötigt und wie viel sind diese Stunden wert? Oder es handelt sich um Materialien. Wie effizient kann eine Volkswirtschaft Stahl in Autos verwandeln? Oder aber sogar Zeit. Wie schnell kann eine Volkswirtschaft eine bestimmte Ware oder Dienstleistung herstellen? Ein Land kann sehr wohl in der Lage sein, etwas wie ein Smartphone effizienter zu produzieren als China oder Südkorea. Aber wenn es Jahrzehnte dauert, bis es genug produziert hat, um die Nachfrage der Verbraucher zu befriedigen, wird es immer noch ein weniger begehrtes Produktionszentrum sein, als diese etablierten Volkswirtschaften. Dies ist besonders wichtig für Bangladesch. Meistens werden natürlich alle diese Variablen einfach zusammen betrachtet, wobei der einzige Input das Geld ist. Wie viel Geld kostet es zum Beispiel, eine Million Fernsehgeräte zu produzieren? Das Land, das dies für weniger Geld tun kann, hat den komparativen Vorteil. Insgesamt ergibt sich aus dem Gewicht dieser Inputs für bestimmte Länder ein komparativer Vorteil bei der Herstellung bestimmter Waren und Dienstleistungen, aber kein Land hat bei absolut allem einen komparativen Vorteil. China zum Beispiel verfügt über eine fantastische Exportinfrastruktur, relativ niedrige Löhne im weltweiten Vergleich und eine Regierung, die es der Industrie erlaubt, zu tun und zu lassen, was sie will, ohne sich um Dinge wie Umweltvorschriften zu kümmern. Außerdem verfügt sie über große Skaleneffekte eine riesige Bevölkerung, ein weit verbreitetes industrielles Know-how und eine enge geografische Konzentration anderer Hersteller von Bauteilen, sodass sie sehr gut darin sind, kostengünstige Konsumgüter zu produzieren und sich einen guten Ruf dafür erworben haben, genau das zu tun. Sie können etwas wie einen Toaster mit einem geringeren Gesamtaufwand herstellen als eine Volkswirtschaft wie die USA. Nicht nur, weil ihre Arbeiter niedrigere Löhne verlangen, sondern auch, weil andere Herstellungskosten in China ebenfalls billiger sind. Das ist für alle in Ordnung, denn die USA haben zum Beispiel einen komparativen Vorteil in dem Bereich Ingenieurwesen und technische Entwicklung. Nun ja, meistens jedenfalls. Denn sie haben ein Finanzsystem, das Anreize für Investitionen in Forschung und Entwicklung bietet und einen Markt, der den Unternehmergeist fördert. Die Bedingungen in den USA motivieren die Menschen dazu, neue Technologien und Produkte zu entwickeln, die in die ganze Welt exportiert werden können, wobei sehr hohe Gehälter gezahlt werden, was wiederum talentierte Leute aus der ganzen Welt anzieht. Dies verschafft den USA einen komparativen Vorteil bei der Produktion von fortschrittlichen Dienstleistungen und der technischen Entwicklung von Medikamenten und Arzneimitteln. Die USA hat Vorteile bei der Entwicklung von Technologien, die ein Land wie China einfach besser herstellen kann. Die komparativen Vorteile Chinas und die komparativen Vorteile der USA sind also unterschiedlich. Der komparative Vorteil von Bangladesch liegt heute in der Textilindustrie. Warum ist das so? Nun, Textilien sind sehr, sehr billig. Bekleidung und ähnliche Waren sind sehr arbeitsintensiv, sodass es schwierig ist, die Produktion eines T-Shirts zu automatisieren, bei dem es unter anderem verschiedene Größen gibt. Es ist so schwierig zu automatisieren, dass selbst eine technologisch überlegene Volkswirtschaft wie China, das direkt nebenan liegt, nicht mithalten kann, weil es so arbeitsintensiv ist. Der komparative Vorteil liegt hier bei dem Land, das über das größte Angebot an wirklich billigen Arbeitskräften verfügt, und das ist Bangladesch. Das ist für den Moment in Ordnung, Aber wenn Bangladesch den Übergang von einem der am wenigsten entwickelten Länder zu einem Land mit mittlerem Einkommen schaffen will, muss es von einer arbeitsintensiven zu einer kapitalintensiven Wirtschaft übergehen. Diese Umstellung ist wichtig, weil kapitalintensive Volkswirtschaften ausländische Investitionen anziehen können. Ein Land wie die USA hat die höchste Konzentration von Kapitalinvestitionen in der Welt. Und das liegt daran, dass die Menschen dort ihr Geld anlegen. Aber das meiste, was Bangladesch exportiert, sind unsere T-Shirts und unsere Kleidung, weil deren Herstellung sehr arbeitsintensiv ist. Kein Land kann durch den Export von T-Shirts eine fortschrittliche Wirtschaft werden. Also müssen sie zu anderen kapitalintensiven Aktivitäten übergehen, damit sie einen komparativen Vorteil in anderen Bereichen erlangen können. Leider ist Südasien eine Region mit viel Wettbewerb. Und die Handelsabkommen, die das Land in seinem aktuellen Entwicklungsstand zu einem Exporteur mit niedrigen Kosten machen, verschwinden, sobald es zu einem Land mit mittlerem Einkommen wird. Warum ist es dann so wichtig, diesen Wandel zu vollziehen? Nun, eine Wirtschaft, die für Handel und Investitionen mit dem Rest der Welt offen ist, ist wichtig für ein nachhaltiges BIP-Wachstum. Bangladesch hat alle Voraussetzungen, um zu wachsen. Zugang zu den globalen Handelsrouten, niedrige Exportkosten und eine nicht realisierte Diversifizierung der Exporte, sowohl bei den Waren als auch bei den Handelspartnern. Wenn ein Land seine Exporte nicht ausreichend diversifiziert, um zu wachsen, kann dies zu einem Handelsdefizit führen. Das heißt, die Importe eines Landes übersteigen seine Exporte. Dadurch wird das Land auch anfälliger für externe Schocks oder unerwartete Ereignisse, die sich auf eine Wirtschaft auswirken, wie zum Beispiel die Covid-19-Pandemie oder die aktuellen globalen Konflikte. Wenn Bangladesch ein Handelsdefizit mit einem der Länder hat, aus denen es importiert, muss es die Differenz an Devisen beschaffen, was dazu führt, dass es auf externe Entwicklungsfinanzierung angewiesen ist, zum Beispiel durch den Internationalen Währungsfonds IWF, um das Defizit auszugleichen. Bangladesch hat dies allerdings bisher weitgehend vermieden, weil es noch einen anderen überraschenden finanziellen Trick in petto hat. Die Rücküberweisung, das heißt die Deviseneinnahmen, die Immigranten in ihr Heimatland schicken. Diese Überweisungen sind nicht nur eine Einnahmequelle, um all die zusätzlichen Importe zu bezahlen, sondern tragen auch zur Stabilität der Devisenreserven bei. Ausreichende Devisenreserven helfen einem Land auch, einen stabilen Wechselkurs aufrecht zu erhalten, was das Vertrauen in seine Wirtschaft stärkt. Die meisten einkommensschwachen Länder wie Bangladesch sind in hohem Maße auf Überweisungen angewiesen. Das Geld, das sie von im Ausland arbeitenden Personen erhalten, ist oft das meiste, wenn nicht sogar das einzige Einkommen eines Haushalts. Das wirkt sich darauf aus, wie viel Geld die Menschen in diesem Haushalt für Waren und Dienstleistungen in Bangladesch ausgeben, was wiederum zum BIP-Wachstum des Landes beiträgt. Die genaue Messung all dieser Wirtschaftsindikatoren ist für jedes Land von entscheidender Bedeutung. Während die meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften über zuverlässige und aktuelle Daten verfügen, die von politischen Entscheidungsträgern und Ökonomen zur Entscheidungsfindung herangezogen werden, ist dies einer der Knackpunkte in Bangladesch. So sehr, dass es nicht in der Lage war, ein glaubwürdiges statistisches System zu entwickeln und stattdessen Daten voller Ungenauigkeiten und Anomalien herausgibt. In Entwicklungsländern ist außerdem die Gefahr größer, dass sich die Statistiker dem politischen Druck der Regierungsparteien beugen, indem sie die Daten manipulieren, um eine größere Agenda zu verfolgen. Die Echtheit der vom Bangladeschischen Statistikamt veröffentlichten BIP-Zahlen wurden infrage gestellt und auch die vom Export Promotion Bureau, EPB, des Landes veröffentlichten Exportstatistiken gelten nicht als sehr transparent. So behauptete das EPB beispielsweise, dass die Rohstoffexporte bis zum Ende des Steuerjahres 2023 um 6,7% gestiegen seien. Eine andere Statistikbehörde des Landes, das National Board of Revenue, erklärte jedoch, nein, die Exporte sind tatsächlich um 5% zurückgegangen. Diese mangelnde Koordinierung zwischen den verschiedenen Meldebehörden führt zu einem Chaos für politische Entscheidungsträger und Ökonomen, die diese Daten für wichtige wirtschaftspolitische Entscheidungen brauchen. Bangladesch befindet sich an einem kritischen Punkt in seiner über 50-jährigen Geschichte. Das Land steht kurz davor, von der Liste der am wenigsten entwickelten Länder der UNO gestrichen zu werden, da es aus seiner arbeitsintensiven Wirtschaft mit Handelsabkommen, die es zu einem idealen Exportpartner machen, Kapital geschlagen hat. Allerdings muss es sich noch um einige Bereiche kümmern. Erstens muss Bangladesch neue komparative Vorteile finden, die ihm hoffentlich helfen werden, seine Handelspartner zu erweitern und die Waren und Dienstleistungen, die es exportiert, zu diversifizieren. Das bedeutet, dass das Land auch den Handel mit seinen Nachbarn in einer Region nutzen muss, in der es tatsächlich einige unzureichend genutzte Potenziale für weitere komparative Vorteile hat. So ist Bangladesch beispielsweise der führende Exporteur von Arzneimitteln nach Myanmar, eine Beziehung, die noch ausgebaut werden könnte. Der Handel zwischen Bangladesch und seinen südostasiatischen Nachbarn wie Indien, Thailand und Nepal macht heute nur 9% des Welthandels des Landes aus. Und es ist nicht allein. Südasien ist eine der am schnellsten wachsenden Regionen der Welt. Aber der internationale Handel zwischen den Ländern ist der geringste der Welt. Zweitens muss das Land zu einer kapitalintensiven Wirtschaft übergehen. Bangladesch hat sich auf seine ungelernten Arbeitskräfte verlassen, um einen komparativen Vorteil bei Textilien und Konfektionskleidung zu erzielen. Und das Land exportiert diese Arbeitskräfte auch, was wiederum die Wiesen in den Umlauf bringt. Sie müssen jedoch die Arbeitskräfte, die sie nach Übersee exportieren, höher qualifizieren, damit es beim Übergang zu einem Land mit mittleren Einkommen einen stetigen Strom von Überweisungen aufrechterhalten kann. Drittens muss das Land die Veröffentlichung der wichtigsten Wirtschaftsindikatoren zwischen den verschiedenen Meldestellen koordinieren, um mehr Transparenz und Datenintegrität zu gewährleisten. Was passiert, wenn Bangladesch dies nicht tut? Seht euch an, was mit Sri Lanka geschah, als es von der Liste der am wenigsten entwickelten Länder aufstieg. Eine instabile Zahlungsbilanz, niedrige ausländische Direktinvestitionen und eine mangelnde Diversifizierung der Exporte trugen zum fast spektakulären Scheitern des Landes im Jahr 2021 bei. Ein Schicksal, das sich hoffentlich in einem Land, das zu den vielversprechendsten Volkswirtschaften der Region gehören könnte, nicht wiederholt. Okay, jetzt ist es an der Zeit, Bangladesch in die Wirtschaftswissen-Rangliste aufzunehmen. Beginnen wir wie immer mit der Größe. Bangladesch hat ein BIP von 460,2 Milliarden US-Dollar und ist damit die 35. größte Volkswirtschaft der Welt, gleich hinter Singapur und knapp vor dem Iran. Es erhält eine 7 von 10. Dieses BIP ist für ein Land mit niedrigem Einkommen beeindruckend, aber verteilt auf eine Bevölkerung von 171,1 Millionen Menschen bedeutet dies, dass das Pro-Kopf-BIP nur 2668 US-Dollar beträgt und damit weit unter dem weltweiten Durchschnitt von 12.235 US-Dollar liegt. Die Chancen sind da und das Wachstum ist stetig, aber im Moment bekommt Bangladesch nur eine 3 von 10. Stabilität und Vertrauen sind wahrscheinlich besser, als die meisten Menschen erwarten. Das Land konnte trotz Regierungsproblemen, einschließlich Korruption, fast sein gesamtes Bestehen lang ein stabiles BIP-Wachstum verzeichnen und war ein beständiger Handelspartner für Länder, die einen Kontinent weit entfernt sind. Langfristig muss Bangladesch diese Probleme in den Griff bekommen, um seine Exporte sowohl bei Waren als auch bei Handelspartnern zu diversifizieren. Aber im Moment bekommt das Land eine 5 von 10, da es ein unsicheres Jahrzehnt vor sich hat. Das starke Wachstum, das sich in den letzten 10 Jahren fast verdreifacht hat, ist den günstigen Handelsabkommen zu verdanken, die das Land zu einem kostengünstigen und zollfreien Exporteur für bestimmte Handelspartner machen. Das ist jedoch nicht von Dauer, denn diese Abkommen laufen aus, wenn Bangladesch aus dem Index der am wenigsten entwickelten Länder herausfällt. Aber im Moment bekommt das Land eine klare 10 von 10. Schließlich die Industrie. Bangladeschs komparativer Vorteil bei Konfektionskleidung beruht auf der Arbeitsintensivität und den billigen Arbeitskräften und hängt von Exporten in Länder ab, die weit entfernt sind. Das Land muss seine Ausfuhren diversifizieren, um den Übergang zu einer kapitalintensiven Wirtschaft zu unterstützen, die neue Technologien entwickelt. Es muss auch mehr Handelspartner finden, die näher an seinen Grenzen liegen, um diesen Übergang zu ermöglichen. Sie haben die richtigen Ansätze, sind aber noch nicht ganz so weit. Also eine 5 von 10. Insgesamt ergibt sich für Bangladesch ein Durchschnittswert von 6 von 10. Ein respektables Ergebnis dank des starken Wachstums, welches das Land hier auf die Rangliste bringt. Danke fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut.